Mein Name ist Daniel Olivera Rodriguez. Ich bin 34 Jahre alt und bin gelernter Energieelektroniker. Für mich war es wichtig, nach meiner Lehre erstmal Berufserfahrung zu sammeln. Da ich in meinem alten Job keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten gesehen habe, habe ich mich umgeschaut und letztendlich bei Choroplast beworben. Ich bin jetzt seit circa neun Jahren bei Choroplast tätig und habe mich anfangs berufsbegleitend als Elektrotechniker weitergebildet. Choroplast hat damals einen Energieelektroniker gesucht. Ich habe mich also beworben. Während des Gesprächs hat sich herausgestellt, dass es um eine Position im Entwicklungslabor Kabel und Leitungen geht. Das war für mich sehr interessant, also habe ich im Prüflabor angefangen. Mit dem globalen Wachstum von Choroplast wurde das Prüfwesen immer größer und auch das Labor ist gewachsen. Daher ergaben sich neue Aufgabenfelder, wo ich dann vom operativen Teil in den Koordinationsbereich gewechselt bin. Seit gut einem Jahr habe ich nun die Position des globalen Projektmanagers eingenommen. Meine Aufgaben bestehen im Wesentlichen darin, Projekte global zu steuern und zu leiten. Ich weiß nie, was mich morgen erwartet und ich liebe Herausforderungen. So bin ich einfach und genau deshalb bin ich gerne hier.